Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch sehr gerne drei einfache Rezepte zeigen in Sachen Getränke und zwar mit Erdbeeren, denn momentan ist ja Erdbeerzeit und da gibt es einfach so viele leckere Rezepte. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, was das ist, dann bleibt auf jeden Fall gerne dran. Viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. 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 So ihr Lieben, das waren meine drei Erdbeergetränke gewesen für diesen Frühling bzw. diesen Sommer. Ich hoffe, die Rezepte haben euch ganz gut gefallen und ihr könnt ihr auch einfach nachmachen. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich wie immer sehr gerne über Kommentare von euch freuen bzw. auch wenn euch dieses Video gefallen hat, natürlich sehr gerne über einen Daumen nach oben. Und wer noch kein Abonnenten ist 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 und wer noch kein Abonnenten meines Kanals ist, der aber sehr gerne die nächsten Videos mit anschauen möchte, der müsst ihr einfach nur auf den roten Abonnenten drücken und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Sonntag, genießt das Wetter und wir sehen uns dann auf jeden Fall zu dem nächsten Video. Tschüss! Tschüss!